Ich bin nicht schich, ich bin nicht schön, und meine Tante, die Tante Helene, die sagt sogar, ich hätte ein sehr liebes Nase. Ich bin nicht mager, ich bin nicht dick, ich bin nicht unschick und nicht schick, ich bin, wie man so sagt, ein unschadbares Wasser. Es ist doch wirklich sonderbar, ich bin schon 25 Jahre alt und nicht ein Jüngling hat bis heute mich verehrt. Im Kino muss ich es so drechseln und den Platz oft fünfmal wechseln, bis ich endlich von einem Mann belästigt wird. Ich weiß, ich taug nicht viel, ich hab ein Sechselbill wie ein Porzellanes Häferl. Ich hab ein Charme in mir wie eine Ofentür und dazu heiß ich noch Pfefferl. Mutter, die rät mir an, Männer wollen pampelnd sein, aber hat das einen Sinn? Ich suche einen, den ich will und finde keinen, der mich will, nur weil ich so unscheinbar bin. Was soll ich denn machen? Mh, hab ich mitgesagt. Ich hab doch auch keine Ahnung, nicht. Ich bin nicht schier, ich bin nicht schön und meine Tante, die Tante, die sagt sogar, so Mädchen sollen heute rar sein. Ich tanze, ein Tanze im jeden Fall. Und das, das ist die Damenwahl. Kann doch das, was meine Tante nicht sagt, nicht wahr sein. Jungs hat's von mich gar inseriert. Da schrieb ein Herr, sei gut situiert, auch er wäre einsam und erträgt es nimmer mehr. Als sie ihm jedoch ein Foto sandte, schrieb er leider meiner Tante, da blieb er lieber einsam. Liebes Herr. Ich weiß, ich taug nicht viel, ich hab ein Sechselbill. Wie ein Porzellan, das Hefe. Wenn ich noch mollig will, dann sagt ich auch nichts mehr. Und dazu hat sie ihm noch Pfefe. Jüngst hat der Sohn vom Wirt mich in den Krater geführt. Aber hat das einen Sinn? Komm, komm, wir an. Rätter zur Geisterbahn. Halt, schreit er, ist schon drin. Denn nach des Skeletters, da singt er mich Väter. Nur weil ich so unscheinbar bin. Ich bin nicht reich, ich bin nicht arm. Da lernte ich kennen einen Gendarm. Der wollte unbedingt mit mir durchs Leben wandern. Er hat mir so den Hof gemacht. Er hat um die Erbschaft mich gebracht. Bis ich erfuhr, er geht auch noch mit einem anderen. Hohes Gericht. Er kam zu mir. Sein Dienstrevolver, der lag hier. Ich weiß bis heute nicht genau, wie das passiert. Da lag er da. Ganz klein und bloß. Und ich, ich war auf einmal groß. Zum ersten Mal im Leben habe ich triumphiert. Nein, Herr Verteidiger, sag's bitte nimmermehr, dass ich ein reizbares Häfer, dass ein Komplex ich hab, weil kein Sex ich hab und ein zu dem Vornamen fiefer. Recht haben Sie, Herr Staatsanwalt. Ich gehöre in Strafanstalt, so wie Sie es gesagt haben vorhin. In so großen Lädern stand in allen Blättern von mir und mit Fotografien. Ein Freispruch? Doch, ich kann's ausgehen. Ich hab' Gefühl, ich würde so ausgehen. Nur weil ich so unscheinbar bin. Ich kann's ausgehen. Vielen Dank.